hallo grüßchen ja was wollen wir heute machen heute nervt mich ein kleines detail in der werkstatt was mir aufgefallen ist und zwar klebebänder unheimlich viele und immer wieder verschiedene klebebänder in der werkstatt die einfach rumliegen und ich dann immer irgendwo suchen muss die haben eigentlich noch keinen festen platz dafür wollen wir heute einen halter bauen ja das sind unsere hölzer die ich hier gefunden habe habe ich jetzt schon mal ein bisschen vorgeschnitten hier ist mir leider nicht gelungen zwei schöne seiten haben wir einmal löcher drin aber da das alles restmaterial ist nicht weiter schlimmer das ist ja wie gesagt nur in der werkstatt da stört mich das auch weniger wie bei fast allen bei mir in der werkstatt gilt funktion vor schönheit mein sohn habe ich so tollen euren gogo power ranger das kennt ihr euch gogo power ranger fertig ist das gute stück klein nicht aufwendig schnell gemacht habt es gesehen wenn euch gefallen habt könnt ihr unten kommentarleiste kommentar abgeben oder den daumen nach oben geben ich freue mich drüber